Ich darf mal zitieren aus Ihrem Buch. Ich habe über Assange, ich habe noch nie so eine krasse Persönlichkeit erlebt wie Julian Assange. So freigeistig, so energisch, so genial, so paranoid, so machtversessen, größenwahnsinnig. Ja, das ist ja das Komische. Die Medien berichten immer darüber, dass er der Anarchist sei, so unserer Zeit oder des digitalen Zeitalters. Und das ist er eigentlich überhaupt nicht. Er hat ein extremes Kontrollbedürfnis. Und das hat sich in dem Moment eben auch gezeigt. Solange wir alle sehr beschäftigt waren mit Arbeit, hat das wunderbar funktioniert, weil diese ganzen theoretischen Fragen gar nicht aufgekommen sind. Aber in dem Moment, wo das erste Mal die Situation etwas komplizierter wurde und wo auf der anderen Seite auch so viel Ruhm da mit drin steckte und es jetzt darum ging, wer das alles nach außen transportiert und so, in dem Moment hat sich da ein ganz anderes Bild gezeigt. Und dann ging es nur noch um Druck, darum, Leute irgendwie zu bedrohen oder so unter Druck zu setzen, dass sie spuren. Und das ist kein Umfeld, in dem ich arbeite. Zum Bruch hat sich ja auch beigetragen, dass Sie gefordert haben, als die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange in Schweden bekannt wurden, und dass er zumindest für eine Zeit in die zweite Reihe zurücktritt, damit nicht die ganze Wikileaks-Arbeit durch diesen Prozess überlagert wird. Das war auch damals. Also ich glaube, so würde man das doch in jeder normalen Organisation machen. Wenn jetzt jemand, der so kritisch das nach außen vertritt, da ins Feuer gerät, dann würde man den doch aus diesem Feuer rausholen, würde sicherstellen, dass das alles ordentlich geklärt wird, damit er dann wieder mitmachen kann. Aber man muss ja versuchen, diese beiden Dinge voneinander zu trennen. Was ist denn das in Schweden? Ist das ein ganz normaler Prozess, dem sich Assange einfach stellen muss, oder ist das ein Komplott der amerikanischen Geheimdienste? Also es geht auf jeden Fall nicht um das, was wir hier als Vergewaltigung definieren würden. Auch das ist ja ein Medienspin, den das Ganze gekriegt hat, der so nicht stimmt. Da geht es um wieder viel differenziertere Probleme. Ich kann bis heute nicht sehen, dass es ursprünglich mal ein Komplott der Amerikaner war. Dass da mittlerweile politische Interessen vielleicht mitschwingen, ist eine andere Sache. Aber ich glaube trotzdem, dass es hier um einen ganz normalen rechtsstaatlichen Prozess geht. Und die Schweden sind aus meiner Sicht, auch wenn das in den letzten Monaten vielleicht auch anders dargestellt wurde von Seiten von Wikileaks, halte ich doch schon noch gut was von, oder viel von dem schwedischen Rechtssystem. Und ich glaube eben nicht, dass es sich hier um eine Falle handeln könnte, in die man dann tappt und auf einmal verschwindet wäre und wird nie wieder gesehen. Das würde in Europa gar nicht funktionieren. Also Astrohage sollte sich dem Prozess stellen.